Hallihallo Hallöhle, jetzt zurück zu World of Warcraft. Immer noch mit unserem Schurken in den östlichen Pestländern. Der Schurkin. Sorry, Entschuldigung. Wollen wir mal weiter. Die Karawane zieht weiter. Und so weiter und so weiter. Fiona? Wie kann ich euch helfen? Was ist denn schön zu verkaufen? Nix. Tschüss. Achso, ja, ja, ja. Investiert ihr eine Münze hier, investiert ihr eine Münze. Hm. Muss ich wohl da hinlatschen, oder was? Ist doch nur wieder das die einzelnen Sachen, ne? Ja, ja, klar. Ja. Okay, dann müssen wir wohl zu Fuß latschen. Geben wir zu Fuß da hin. Auch kein Problem. Gestreifte Nachtsiebele und dann gib ihm. Yeah. Ja. Und habt ihr schon eure Adventstürchen geöffnet? Also ich hab keinen. Ich bin aus dem Alter schon lange raus. Brauch ich nicht. Für kleine, kleine Kinder? Okay. Ist immer ganz nett. Meine Mutter hatte früher einen aus Holz gehabt, mit so Papier-Würfel, mit den jeweiligen Zahlen drauf. Ich musste sie selber immer irgendwas reinfüllen. Für meinen kleinen Bruder. Ja. Das war ganz nett. Das ist mir was anderes als nur Schokolade oder sowas. Und verschiedene Dinger zu da rein, reingepackt. Da war er noch bisschen jünger. Aber ist natürlich nicht mehr. Er ist schon erwachsen, hat ein Kind. Verheiratet. da bist du ja jetzt gut in dir ja bin ich bin ich immer ich bin ganz nah erst ganz nah und dann immer so man mann mann dass der greif meister greif meisterin entschuldigung weil die frauenzwerge fliege nicht nicht so schön mit komisch wie orks oder tauchen er passt immer nicht aber für nichts so wenn sie nicht so schön aus bisschen seltsam in der einfangszeit der rollenspieler gab es auch nur zwergenmänner tauchen gab es nicht und orks waren nur gegner spielbare charaktere waren nur sowas wie zwerg mensch elf halb elf halbork gnom und sowas hat sich viel getan in den jahren sechs richtige im lotto ehre dem könig freund ja mach ich für die allianz aber sie ist hier hinter genau ist hier hinter wenn wir hier rum doch falsch rum ist egal gehen wir einmal einmal links herum platt rechts herum schon sind wir da prüfen der kruft abgeschloss was haben wir dann lese die zauberformel auf der argumentumschrift drüber dann muss er wahrscheinlich unten sein ganz unten ganz tief keine gegner sind können wahrscheinlich welche unten bin die zauberformel ist hier so hier irgendwo auch lord raymond george es gibt einen Ziel es gibt einen Ziel Zufrieden, George? Ach, guck mal, welche. Na? Wo kommen wir welche? Georgie Boy, was mit dir? Du kommst ja bestimmt auch noch. Georgie Boy, was ist los? Was kann ich mit ihm reden? Hm. Ist hier irgendwas? Ah, da ist er ja! Georgie! Halt es aus! Hey, Georgie! Was soll das? Kann man nicht so viel Schaden? Georgie Boy! Wollprüfung fertig! Raus! Gehen wir uns mal hier lang! Da kommen wir her! Lied. Hmhmhmhmhm!!! Da-dadataza-da-da-daj-da-dadada-dadadaaa! Da-dadataza-da-dadadada-dadada-da-da-da! Prüfung gestanden. Und jetzt? Lord Maxwell Chirousus Ja, mach ich. Was kann ich für euch tun? Was kann ich für euch tun? Ist viel interessanter. Klingen in Leichen gerannt. Oh. Ist ja noch eine Quest. Äh, hier hinter. Jetzt wird man wieder mit Quest zugeschüttet. Bis man erstickt. Ah, Georgie. Seid vorsichtig. Bin ich auch immer. Alles voll hier mit Quest. Machen wir mal vier erst. Baumanns Pickel. Ah, ich wollte in der Indie, ne? Machen nebenbei. Ich habe jetzt total vergessen. Gruppe finden. Machen wir nebenbei. Ganz einfach. Habe ich euch ja gesagt. Ich will mal wieder in der Indie gehen. Wenn ihr wollt, dass ich mehr Queste, dann muss ich mehr Questen. Oder wenn ihr wollt, mehr Indies, dann gehe ich mehr in die Indie. Wie ihr möchtet. Nur sprichende Menschen kann geholfen werden. Oh, zack. Komm her. Geistless Gifting in Turrets. Ja, die beiden sind schon eine gute Hilfe. Ich bin außer Reichweite. Meins. Komm her. Komm her. Das ist zu weit entfernt. Aha. Da sind sie ja. Ähm. Dann wieder nebenbei ein bisschen heilen. Das war's. Wickel. Da haben wir den Wickel. Das ist also ein Gewindel. Äh. Ich kann treib schon ein. Wär schön. Mein Gott. Oh. Oh. Mein Gott. Komm die nicht hoch? Oh. 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 da hat er haben wir schon wir sind zurück aber kommt der heiler noch das ging sehr fix heiler heiler wir brauchen noch einen heiler eigentlich soll ich das zweite oder dritte mal ist dass ich eine energie ja stünde noch erst mal die sind schon weg äh die sind hier lang ich bin ja schon da leute eigentlich jäger haben wir auch dabei eine doch 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 so ich bin auch eine leute ich bin auch die über übrigens steht hier dann schon schwarz du ans leutnant weil ich glaube ich vorher noch nicht gewesen noch nie ich habe kein ziel ja ja da Da! Oh ne Schleppts! Ich werde gleich eine kurze Pause machen, aber die Indie klappt natürlich weiter. Ich bin natürlich die nächste Folge fort noch dran. Ihr verpasst nichts. Na komm. Ich mache eben hier eine kurze Pause, bis in der nächsten Folge. Tschö mit Öl! Tschö mit Öl! Tschö mit Öl! Tschö mit Öl!